Was geht denn bei euch ab, Junge? Ich werde jetzt gleich einen Livestream machen, jetzt um 18 Uhr, von 18 bis 19 Uhr oder sowas. Ich denke, erst eine Runde Matchmaking und dann einfach noch kurz Rainbow Six oder sowas, weil ich kein Video vorbereitet habe. Und so habt ihr 60 Minuten vollen Spaß live. In der Videobeschreibung ist der Twitch-Link. Und ja, was ich noch entdeckt habe, voll viele von euch wollen ja irgendwie fragen mich dann auch, ob sie meine Handynummer haben können wegen WhatsApp und was für sich. Und ihr wisst, die Handynummer gebe ich eigentlich nicht raus. Also ich will, das ist mir so unangenehm. Aber, Kinder, alle die mir auf Twitter folgen, können mir im Twitter-Chat schreiben und der Twitter-Chat ist genauso wie WhatsApp. Der sieht fast genauso aus und funktioniert genauso. Ich sehe sofort, wenn ihr mir schreibt, das ist wie WhatsApp, eben nur über Twitter. Und wir müssen nicht die Handynummern austauschen. Das ist ja auch dann gut für euch, weil ihr dann auch wiederum privater bleibt, weißt? Twitter-Link ist auch unten in der Beschreibung des Videos. Da habe ich jetzt schon ein paar Leute, die mich ausschreiben, verstehe? Und vor allem kann ich eben auf Twitter genau solche Sachen sagen. Leute, ich streame jetzt gleich oder so. Und wenn ihr das auf dem Handy habt, geht ihr sofort, oh, eine Nummer, das streame vielleicht, guck ich nicht. Oder wenn gerade bei Clash of Clans oder Clash Royale irgendwie ein Platz frei ist, twitter ich dann einfach schnell. So eine wichtige, schnelle Info ist, twitter ich. Und so könnten wir halt noch besser korrespondieren, ja? Es macht einfach Spaß, mit euch so in Verbindung zu stehen, ne? So richtig diese, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach ein Edel, Pech. Aber mein Ohr muss ich, glaube ich, noch machen vor dem Stream. Und da lasse ich die so, klasse wie immer, durchgepeitscht. Alle Hauptabendung, bis gleich, gell? Tschau! Tschau! Outro